Seit fünf Jahren produzieren wir ganz am Ende des Simmentales charakterstarkes Bier mit viel Leidenschaft und Herzblut. Um möglichst einen kleinen ökologischen Fussabdruck zu hinterlassen und viel Wertschöpfung vor Ort zu generieren, sowie Arbeitsplätze in der Region zu arbeiten, passieren alle unsere Produktionsschritte in der eigenen Brauerei, und zwar von der Malzverarbeitung bis zur Abfüllung. Zusammen mit den lokalen Bergbauern bauen wir Hopf an, und sie können unseren Malztreber als natürliches Futtermittel für die weltbekannten Simmental Kühe verwenden. Hier hat das direkte Einzugsgebiet, wo wir unsere Produkte verkaufen können, sehr beschränkt ist, träumen wir davon, einen Verkaufsbus anzuarbeiten, was uns ermöglichen würde, unsere Bier auch überregional zu verkaufen und langfristig unsere Arbeitsplätze sichern zu können. Gemäss unseren Werten von enger Zusammenarbeit und Partnerschaft ist es unser Anliegen, dass wir in Zukunft etwas der Allgemeinheit, das dieses Projekt ermöglicht hat, zurückzugeben können. Darum werden wir in Zukunft 10 Rappen pro Liter Bier, die durch diesen Bus verkauft werden, an Innovationspreise Berner Oberland spenden. Damit können ähnliche Projekte wie uns unterstützt werden und eure Unterstützung ist nachhaltig und wird noch viele weitere Projekte in Zukunft unterstützen und fördern können. Leider ist der Bierbus bis jetzt noch ein Traum. Und für das, was wir da finanzieren können, darum deine Unterstützung, weil es wäre doch toll, während deiner nächsten Hochzeit, oder sonstigen Fests, der hier vorfahren würde. Merci für deine Unterstützung! Prost! Prost!